Manchmal sagen die Leute, okay, in der Bibel ist Wein Wein, sagen, okay, es gab kein Saft damals. Nicht für Saft, so in der Bibel erwähnt nicht, über Saft oder etwas. Was sagst du darüber? Ja, also klar, die haben sich die ganze Zeit besoffen. Die haben die ganze Zeit Wein gesoffen in der Wüste. Als Israel in der Wüste war, sie haben nur alkoholischen Wein getrunken, sich die ganze Zeit besoffen. Ja, macht Sinn. Es gab natürlich keinen Saft damals. Okay, 1. Mose 40, Vers 11. Er presste sie aus in den Becher des Pharao und reichte den Becher dem Pharao. Also er nahm Weintrauben, presste sie aus in den Becher des Pharao. Was war das wohl? Alkoholischer Wein. Ich meine, ist der in der kurzen Zeit fermentierter Saft oder was? Natürlich gab es Saft, der wurde natürlich anders hergestellt als heutzutage. Aber ja, es gab Saft früher. Nein, die Leute haben sich nicht andauernd besoffen mit Wein, mit alkoholischem Wein. Sondern es gab Saft, eindeutig. Und das ist schon etliche tausend Jahre vor Jesus. Ja.